Jetzt weiss ich nicht, ich höre nichts. Ich habe da noch das Kabel drin, ich höre euch. Ich habe die Frage notiert, aber ich höre nichts. Okay, aber ich habe die Frage notiert. Also wir starten, es geht ja nicht lange. Ich nehme dann das nächste Mal die anderen Themen durch und wenn du jetzt noch reinkommst, dann hoffe ich, sehe ich das. Die anderen sind drin. Ich habe da alles, man sieht nur den Bildschirm. Und sonst einfach schreiben bei den Kommentaren. Also, ja, wegen dem Raketenstart. Oder wie du sehr schnell beginnen kannst, um passiv Geld zu verdienen. Ich möchte dir nochmals kurz einen Raketenstart erklären. Und den hast du ja im Income Innovation auch mit drin. Wie du das noch einfacher kannst und nicht das Technische, sondern einfach den Ablauf. Ich bin ja eingeloggt bei mir beim Thermomix-Account, wo ja mein Test-Account ist. Und du hast ja im Studenten, also ich hoffe, du kommst hier ein bisschen nach, im Studenten-Dashboard hast du ja den Raketenstart, wo du mit zwei Klicks holen kannst. Jetzt ist es so, ich zeige dir ein Beispiel hier von uns, von Nadias. Es geht ja meistens um diesen Link hier oder einfach um einen allgemeinen einzelnen Link, wo du schnell mal Geld verdienen könntest oder kannst. Denn viele, ich habe gestern, gestern habe ich hier Kosmetik gesucht. Und dann ist mir auch wieder aufgefallen, wie viele, sind zum Teil natürlich sehr kleine Accounts, aber das macht ja nichts. Kosmetik, Deutsch vielleicht irgendwie. Ah, das ist ein grosser, aber gestern habe ich ganz viele kleine gesehen, so mit 300, 200. Kosmetikschule. Ich gebe dir noch kurz und nachher zeige ich dir, wie du mit zwei, drei Klickst wenigstens mal deinen Link hast, wie du Geld verdienen kannst, wenn du nur diesen nimmst. Also Kosmetikschule Regensburg, man kann hier noch nicht klicken, das ist so, wenn man unter 1000 Follower ist, wenn man noch drunter ist, dann kann man es immerhin in der Beschreibung reinnehmen. Nur das geht einfach auf eine Webseite, okay, da wird man dann Infos erhalten, und nichts weiter. Da geht jemand dann hin, schaut sich vielleicht das mal an und geht halt dann wieder. Wahrscheinlich, weil es einfach nichts hat, wo fesselt, wo man direkte, oh, das sind noch Schulungen, das ist schön gemacht, Ausbildungen. Es muss einfach relativ schnell irgendwo, irgendwie etwas, wo wir uns anmelden können, also wo wir die E-Mail-Adresse. Auf die Schnelle sehe ich jetzt nicht, geht sofort ein, sind eher umfangreiche Seiten. Jetzt gehen wir hier nochmal zurück, Deutsche Kosmetik. Hier ist die Telefonnummer drin. Naturkosmetik München. Was haben die? Hier, die haben jetzt, oh, die sind schon rechts groß. Das sind wieder andere Zielgruppen. Faces Kosmetik Schule. Die haben jetzt nichts. Die Telefonnummer. Hier könnte man jetzt eben auch so einen einzelnen Link setzen, sagen, willst du weitere Infos oder einfach basierend auf dem Angebot, was ihr habt oder was sie haben. Aber es ist, Nieris Kosmetik, die ist natürlich auch noch zu klein. Die geht auf Instagram. LR macht sie dort. Auch wenn sie LR macht, das ist ja Multi-Leveling, oder? Jetzt schauen wir schnell, ob sie direkt auf den Shop geht oder ob sie dort eben auch einen Link nutzt. Nein, tut sie gar nicht. Sie hat jetzt hier überhaupt nichts. Dann geht man drüber und man geht eigentlich sehr schnell wieder ausser ein Bild, fesselt einem, aber dann geht man meistens oben schauen und würde dann anklicken. Also, wie du einfach mal nebenbei diesen Link hier einfach nutzen kannst bei Instagram sowieso, kannst du von Anfang an oder auch im Blog, wenn du im Blog hast oder sonst irgendwo, einfach Verlinkungen oder eben auf Pinterest einfach den Link setzen. Und zwar, jetzt gehen wir, wir loggen uns ein in deinen Account und dann gehst du auf Marktplatz. Ich habe das ja noch nicht so lange hier auf dem Marktplatz erfasst. Und auf dem Marktplatz findest du mich hier in Common Innovation. Klickst das an und jetzt hast du eigentlich schon deinen Link. Schau, hier hast du zwei Möglichkeiten. Ich habe dir im Kurs das Detail beschrieben. Moment mal. Wenn ich da in meinem Thermomix-Account drin bin und ich gehe jetzt, nein, das würde halt anders aussehen. Ja, da ist, ich bin halt doppelt eingeloggt. Ja, da geht es natürlich nicht. Ich bin hier drin. Wohl, dann müsste ich umgehen. Warte, ich gehe da hier mal. Also, da Sport, jetzt gehe ich rein aufs Haupt. Und dann habe ich hier ja den Studenten, dort wo ich das Produkt gekauft habe, wo du bei mir drin bist, habe ich den Raketenstart. öffne diesen im Admin-Bereich, also halt den Link. Und hier habe ich halt wahnsinnig erklärt und das hat auch meine Tochter so verunsichert. Die ist dann eben nicht mehr, hat das nicht mehr verstanden. Starte hier. Findet einen Affiliate-Link, genau. Das ist einfach das, was wir jetzt anschauen. Nur habe ich das hier enorm im Detail beschrieben und das habe ich nur gemacht, damit du jede Seite verlinken kannst, wenn du dich danach besser auskennst. Für den Anfang, ich werde das sonst noch anpassen, gehst du, wie gesagt, einfach auf den Marktplatz, auf mein Produkt und hast einfach diese zwei Seiten zur Verfügung. Das andere ist einfach noch viel weitere Möglichkeiten, wenn du irgendeine Seite von mir siehst und sagst, ach ja, okay, komm, ich verlinke dahin, dass es nicht so auffällig ist zum Beispiel, dass es eine Verkaufsseite ist oder so, ist es natürlich jederzeit machbar. Also, und dann sagen wir, okay, die Optin-Seite, ich klicke sie mal an, das ist ja meine erste Seite zum grossen Kurs und sagst, okay, ich möchte das verknüpfen und dann nimmst du hier oben einfach diesen Link fertig. Hier, du siehst gleich SA016, das ist schon der Affiliate-Link, wo ich als Thermomix-Beraterin habe. So bin ich mit der Nadja mit Income Innovation verknüpft. Fertig. That's it. Diesen Link kopierst du und fügst ihn eben da oben oder hier oben oder, ja, das wollte ich vorhin als Beispiel zeigen, hier oben direkt rein. Fertig. Und dann, wenn jemand klickt, einfach, weil die Leute manchmal neugierig und klicken einfach und du hast sonst noch keine Webseite, du hast noch absolut nichts, du hast einfach deinen Instagram-Account oder irgendsonst etwas, wo du postest oder etwas machst, dann nimmst du wenigstens diesen einten Link und setzt ihn hier hin und wenn jemand dann darauf klickt, dann kommt er auf diese Seite und wenn du dann, okay, Glück hast, weil du berichtest ja nicht darüber, das kannst du manchmal in den Storys nehmen oder halt bei anderen, aber das ist wieder Marketing-Ding, aber ich sage dir einfach, nimm diesen Link und dann ist das schon mal verknüpft und du kannst hier sofort Geld verdienen. Wenn du den anderen nimmst, die zweite Seite, die Verkaufsseite, hier ist dann schon der effektive Kauf, dann nimmst du diese Seite hier oben auch, siehst du SA01614, das ist mein Affiliate, der Affiliate-LinkedIn, das Ganze, die ganze Nummer, diese verlinken, irgendwo setzen auf deinem Blog oder so, machst du ein Wort, Geld verdienen oder irgendwie mit deiner Leidenschaft, mit deinem Hobby oder nebenbei, einfach wenn das Wort steht, machst du einen Link direkt auf das That's it. Starte damit, wenn du wirklich null Ahnung hast. Weil es ist verlorene Zeit, wenn du wartest, bis du dich, ähm, naja, klicken, ja, okay. Es ist verlorene Zeit, wenn du Monate wartest, bis du dich wirklich gut auskommst, bist, also nimm einfach wenigstens mal diese beiden Links, dass du direkt auf Income Innovation kommst. Und da kommen jetzt noch mehr dazu, ich habe den Raketenstart da noch nicht erfasst, ist aber alles möglich, kannst du natürlich alles machen, anhand von dieser Anleitung, die anscheinend ein bisschen umfangreich ist oder schwierig ist, wenn jemand frisch beginnt. Du wirst eins auf dem anderen immer wieder mehr lernen, mehr Punkte, mehr verstehen. Aber wichtig ist, dass du wirklich mit etwas anfängst. Und ich bin froh, dass meine Tochter da auch mitmacht, weil sie bombardiert mich mit Fragen und jedes Mal denke ich so, vielleicht ist das bei dir auch der Fall, weil ihr habt vielleicht nicht so den Mut zu fragen oder ich kann nicht schon wieder fragen, wo doch, du kannst bei jedem Ding auch einfach eine kurze Notiz, ich kann das aufnehmen und wir schauen das in der nächsten Woche bei diesen Lives an, ob du mit dabei bist oder nicht, wie es dir passt, aber ich nehme ja dann jedes Live auf und stelle es hinein. Also, wie gesagt, auf dem Marktplatz, wenn du dich eingeloggt hast, oder zurück in deinem Dashboard, hier oben wechselst du Marktplatz und nimmst, suchst hier Income Innovation, hier, Amol, ich habe hier begonnen, schau mal, Income Raketenstart, Income Raketenstart und dann kannst du auch hier diesen schon nehmen, wenn du sagst, okay, komm, ich möchte mit einem günstigen Produkt starten, dann nimmst du diese Seite und auch hier siehst du wieder, das ist die Affiliate-Seite, kopieren, einfügen, irgendwo bei dir und wenn jemand da draufklickt und das liest und zieht und sagt, hey, cool, okay, ich schaue mir das an, das ist nur 4,99, dann hast du diesen Verkauf gemacht und bei Systemen ist es, du wirst es dann sehen, wenn jemand bei dir für 4,99 kauft, das sind, ich glaube, ich schaue 50, 50 Prozent, wo wir erhalten, dann geht es nachher weiter, wenn die Person sagt, wow, das ist cool und kommt danach in den Income Innovation Kurs, dann verdienst du nachher von diesen 3,70 auch wieder die Hälfte, also es geht immer weiter und wenn die Person dann irgendwann selbst startet mit eigenen Kursen oder selber mit Systeme.io grösser wird und ein Abo kauft, für 29 ist, glaube ich, das günstigste Abo, dann verdienst du dort auch wieder, wie viel Prozent sind es dort, 60 Prozent, glaube ich, von einem Abo jeden Monat, und es braucht einfach Vorlaufzeit, es braucht am Anfang, daher, wenn du dich für das entscheidest, bleib dabei, es ist so ein stetiger Aufbau und jeder Neukunde, jede Interessentin und daher landen wir wieder beim Funnel, damit du die E-Mail-Adresse sammelst, denn diese Person ist mit dir verknüpft, wenn diese Person nach deinem Freebie zum Beispiel irgendein Produkt von dir oder von mir oder von dem, wo du es verknüpft hast, kauft, verdienst du davon. Du bist dann Lebzeiten mit dieser Person verbunden und wenn diese Person selber riesengroß wird, was ja toll ist, das wünschen wir ja alle dem anderen, dann verdienst du sogar mit und vielleicht ist die Person irgendwann viel grösser, macht viel mehr Umsatz als du, aber du verdienst von diesem Umsatz. Verstehst du, was ich meine? Also und das ist hier der, dieser Link, wo du nehmen kannst, der Angebot, die Empfehlung, auch diese, das ist die Verkaufsseite, das ist dann schon der nächste Schritt, wenn du direkt verlinken möchtest, auf die Bezahlseite noch keine Infos willst, weil du vielleicht mit dieser Person schon Kontakt hattest und du kein Video zeigen möchtest, wie auch immer, es kommt immer darauf an, mit den DMs, dass vieles läuft in den Direct Messages ab, also in Direktnachrichten, Anfragen, ja wie machst du das, komm kannst du mir erklären, dann kannst du einfach so nebenbei diesen Links senden und sagen, schau hier ist das Bestellformular, probier es doch aus, du verlierst nicht viel, nicht viel mit 5 Euro, leg los, dann willst du nicht vielleicht diese andere Seite zeigen, sondern möchtest nur diese Angebotseite mit dem Bestellformular und nicht dieses ganze Umfangreiche und so hast du es sofort miteinander verknüpft, also da hast du halt einfach nur diese zwei Seiten momentan zur Verfügung, ausser du machst es eben auf die komplizierte Art und Weise, also das kurz zum, dass du wirklich sofort mal loslegen kannst, wird direkt verlinkt und kannst verdienen, nachher, wenn du das mal, wenigstens das eingerichtet hast, machen wir weiter mit dem, mit dem, Optin, also mit dem, dem Funnel selber, also wo du dann beginnst, E-Mail-Adressen zu sammeln, beginne auch dort schon einzurichten, diese Seiten, die kannst du jetzt schon einrichten, hier bei Punkt 3, Funnel mit einem Klick kopieren, und das kannst du jetzt schon vorbereiten, wo ist der Klick, der müsste doch hier sein, ich habe es, ah, hier Bridge 1, Brücke, da, diesen Klick, ich kann ihn jetzt nicht klicken, einmal klicken, und der ist bei dir drin, der Funnel, und nachher kannst du, dann hast du den Funnel drin, und zwar, wenn ich bei mir, also bei dir, du gehst dann bei dir, unter Funnel, habe ich dann diesen Raketenstart drin, und dann kann ich beginnen, diesen zu bearbeiten, und das ist dann deine eigene Seite, dann hast du schon eine Seite, schau, voran, anzeigen, das ist deine Seite, das ist, du siehst hier oben, Smoothie mit dem Thermomix, also das ist meine Thermomix Seite, und das ist dann schon meine Seite, die habe ich nicht gemacht, die habe ich von der Nadia geklaut, und jetzt kann ich diesen Text hier anpassen, oder du lässt ihn für den Moment, und gehst einfach schon raus mit dem, verknüpfst einfach hier noch kurz, dass der Funnel, der Name, die E-Mail zu dir kommt, momentan ist nichts verknüpft, also er landet auch nicht bei mir, oder so, es funktioniert einfach nicht, aber das musst du einfach noch kurz verknüpfen, aber da habe ich dir die Anleitung drin, und dann hast du schon mal den Start, und du siehst, es ist alles Schritt nach dem anderen, wie ich ja auch hier mit dem, mit dem Raketenstart noch nicht alles eingetragen habe, mit dem Marktplatz, ich habe dort noch keine Fotos erfasst, noch nichts, weil der immer noch relativ neu ist, und ich mit den Inhalten eigentlich beschäftigt bin, und noch nicht so mit dem Marketing, weil ich ja, ein bisschen Angst habe, mit dem Marketing rauszugehen, wenn der Inhalt nicht alles fertig ist, aber der Inhalt ist eigentlich fertig, ich könnte da wieder weitermachen. Also, das wollte ich dir zeigen, auch hier noch kurz, ich habe hier den Stand Store drin, Drain ist halt nicht so vorteilhaft, aber ich habe es daher, ich schaue Stand Store, Nadia's Coco, und gehe hier halt einfach noch, weil wir den Shop haben, weil ich kann mit Nadia's, das ist ein Online-Shop, ich kann nicht nur direkt, am liebsten würde ich, das ist das, das ist diese Opt-in-Seite, das, was ich dir vorhin zeigte, mit das, so, in diesem Bereich, aber das ist schöner gemacht, ich müsste das hier überarbeiten. Hier gibt es ein Geschenk, eben, es gibt nachher den Newsletter-Tipps, und ein E-Book mit 104 Anwendungen, das könntest du bei dir auch machen, oder eben mit drei Top-Tipps, und hier ist das zum Eintragen, okay, und dann erhältst du noch 10% auf deine erste Bestellung, absenden, und so starten wir mit dem E-Mail-Versand danach. Am schönsten wäre, wenn es direkt nur auf das geht, aber eben, wir haben halt auch, und die wirklich halt auf den Shop gehen, und hier habe ich noch einen Download, der jedoch etwas kostet, wenn man selber eigene Kokosöl-Pflegeprodukte herstellen möchte. Aber das kostet halt wieder 29,90 Euro jeden Monat, also von dem her, das andere ist halt gratis, der System-A-Yo ist gratis, wo du starten kannst, wo du auch wirklich relativ schnell Geld verdienen kannst, musst du einfach mit diesen Links raus, die Links musst du verteilen oder zeigen, und eben der nächste Schritt ist das einbauen. So, haben wir noch eine Frage? Ich bin ja ganz neu, dass wir da immer live gehen, ich muss die Zeiten noch ein bisschen rausfinden, ich werde es auch nochmals im Newsletter dann mitteilen, und lasse ich jetzt mit dem, nicht, dass ich wieder zu viel mitgebe, und wir hören uns beim nächsten Mal, ich schreibe mir die anderen Fragen, ich sehe es noch, ich schreibe die mir auf, aber ich kann da nicht länger, sonst, ich habe ja nur diese 40 Minuten. Also, bis zum nächsten.